Charlie, aufwachen. Hallo, aufwachen. Ab heute sind wir zu zweit. So leicht wirst du mich aber nicht los. Hallo mein Groß. Hast du gerade mit deinem Penis geredet? Fällt dir was auf, dass ich der Einzige bin, der mit seinem Geschlecht zerredet? Das geht Schlimmeres, oder? Wieso? Das ist kompliziert. Das brauchen wir. Sprichst du mit deiner Vagina? Pulver! Das ist halt zu viel! Dein Ernst? Hast du mich vermisst? Ja, kannst du es dir nicht vorstellen. Alter, was erzählst du da rum? Okay, was ist der Plan? Deine Muskeln sind so gewachsen. Ach, glaub mir Baby, das ist nicht das Einzige, was hier gerade wächst. Klickst du mit disturbeln?